Keine Viertelstunde später steht ein atemloser Jojo in der Tür. »Musst du wieder umkippen? Sind deine Eltern informiert? Was kann ich tun?« Ich schaue ihn verständnislos an, bis mir dämmert, was er meint. »Ne, alles klar bei mir.« »Aber du hast gesagt, es geht um Leben und Tod. Da habe ich sogar auf mein Dessert verzichtet. Wackelpudding mit roter Grütze. Niceer Nachtisch.« »Jojo«, ich verdrehe die Augen. »Du bekommst gleich leckere Kekse. Die sind auch nice. Aber ich brauche sofort deine Hilfe.« Jojo sieht skeptisch aus, nickt aber. »Wobei denn?« »Ich hole Tiefluft. Bevor ich es dir verrate, beantworte mir bitte zwei Fragen. Erstens. Willst du zum neuen Klassenliebling aufsteigen? Zweitens. Willst du, dass die Mädels auf dich fliegen?« Mein bester Freund zuckt mit den Schultern. »Wer will das nicht? Aber schon gut, ich komme klar.« »Du musst nicht mehr nur klarkommen. Ich weiß, wie wir ganz schnell Superstars werden und Wilhelm ganz weit hinter uns lassen. Wenn ich mit dem fertig bin, geht keiner mehr zu irgendwelchen Graf-Dracula-Schloss-Partys. Ich mache eine kurze Pause, um die Spannung zu erhöhen. Dann hole ich Tiefluft. Ich werde Influencer. Ich werde einen YouTube-Channel betreiben und du wirst mir dabei helfen,« verkünde ich feierlich. »What? Äh, was geht bei dir?« Jojo schreit es fast heraus. »Hast du Fieber?« »Du hast richtig verstanden.« »Ich werde meinen Fans Tipps geben und Tricks verraten, was oder wer wirklich angesagt ist. Nämlich in erster Linie wir.« »Und wer überhaupt nicht angesagt ist.« Nämlich gewisse blonde Adelige. »Welchen Fans? Bist du doch irgendwie krank?« Ich strecke meine Arme in die Höhe. »Unseren Fans! Followern! Kapiert? Die wir schon bald haben werden!« »Nee, ich... ich check es nicht.« Jojo lässt sich auf den grauen Sitzsack in meinem Zimmer plumpsen und schüttelt den Kopf. »Also nochmal langsam und der Reihe nach.« »Ich werde YouTuber mit eigenem Channel.«